Baby baut im PC und hat keine Ahnung was er da guuuuut Ciao Leute, was geht denn? Willkommen zu einem wunderbaren Video mit dabei ist Maxify Was war das für ein Geräusch, Digga? Was war das? Leute, im Item Shop kann man unten rechts eingeben, unterstützt sein Creator Revincer Das hat folgenden Effekt, ihr kriegt ein Skin, das ist gelogen Tragt mich ein, dann werdet ihr sehen was passiert Wir spielen heute eine kleine Challenge meine Freunde Und zwar ist ja gestern die neue Shotgun rausgekommen Und dieses Ding ist ja wirklich geisteskrank stark Ja, wirklich geisteskrank stark Ich weiß nicht Maxify, hast du sie schon mal in-game in der Hand gehabt? Nein, noch nicht Ich tatsächlich auch noch nicht Nein, das stimmt nicht, ich hatte sie eben in der Hand Aber ich habe sie noch nicht abgeschossen, weil ich dann direkt gestorben bin Ich habe nur folgendes mitbekommen Ja Dieses Ding soll brachial, eklhaft, OP sein Und ich dachte mir Maxify, was für eine bessere Möglichkeit gibt es denn Dass wir beide mal testen, wie OP das Ding wirklich ist Und wir beide nur gegen Teams mit dieser Waffe einen Win holen Was hältst du davon? Alter, das hast du echt so schön gesagt, ne? Wir landen in Pleasant Park, meine Freunde, ja? Mhm Und Maxify und ich werden jetzt hier, äh, 40, 50 Killrunde, denk ich mal, oder? Ja, ja klar, easy Okay, auf geht's Aber wir splitten uns, ne, für mehr Kills, oder? Wait, ich habe sie gefunden, Rebi Oh mein Gott, ich habe sie noch nicht Ich habe sie noch nicht Irgendwas wäre sie zu zerstört mit der Waffe, ne? Wir müssen halt immer, wir müssen halt immer close damit gehen, ne? Mhm Das war das Ding, warte mal, ich guck mal, ob ich sie irgendwo finde Okay, ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden die Waffe macht, ne? Ich auch nicht, Digga, ich auch nicht Das kann nicht sein, komm schon, komm schon Wieso hat Maxify so ein Glück und ich nicht? Was ist das schon wieder, Game? Ah ja, guck mal hier Ich weiß doch, dass sie irgendwo ist Warst du schon im Keller bei dir, bei diesem Haus? Ne, ne? Ne, war ich nicht Okay, ich guck mal da, ob ich... Ich versuche den Gegner, der sich hier versteckt irgendwie Ich versuche die Waffe zu finden Oh mein Gott, ohne Sniper wird es halt richtig eklig, ne? Ja, ich habe 4 Headshots gegeben, 4x18 Ich habe sie 4x18? Oh mein Gott Ja, ich habe 4x18 Schaden gemacht Hab ihn! Ist sie lächerlich, ist sie lächerlich, die Waffe? Ist sie schlecht, oder ist sie gut? Ja, also, schwer zu sagen Boah, fuck, Alter Ich weiß nicht, wir müssen ja ran pushen Hast du genug Mets, um dafür ran zu pushen? Ich habe 60 Warte, vielleicht hat der hier drin was Hey, keine andere Waffe benutzen Achso, okay, tut mir leid Only Shotgun Maxify Easy Ich habe nichts gesagt Okay, der pusht uns Obendrauf, obendrauf von mir? Einer von vorne, von der Tür Ah, ma, ma, wey Mal fertig Hab ihn einen down? Oh mein Gott Hab ihn einen anderen down? Junge, jetzt geht sie ab Bei mir ist er, glaube ich Bei mir unten, unten Hab ihn, easy Oh mein Gott, Digga Diese Waffe, diese Waffe Alter, okay 2x2, 2 kills Sehr schön Ich habe die aber jetzt nur in der grünen Legendaritätsstufe Ich habe nur in Grau die ganze Zeit Oh, lol Darf ich die Flint benutzen, um mich fortzubewegen? Jaja, das zählt auf jeden Fall Okay Alter, gegen Squats und dann auch noch Boah, ich weiß ja nicht, ne? Hier ist ein Baller bei mir? Ja, moin Er ist bei mir? Okay Oh mein Gott, er hat mich down Oh, er hat eine Combat, Digga Er hat eine Combat Ja, ich habe die neue Okay, das werde ich nicht schaffen, glaube ich Hast du, hast du, hast du Nein, Digga Und er spielt Oh mein Gott, Digga Er spielt mit Tommy Gun Was für ein Bob Ja, Maxify Ich glaube, es wird schwieriger als wir gedacht haben, tatsächlich Meinst du, dass es machbar überhaupt? Easy Wenn wir die Waffe einfach mal viermal haben, Alter Gegen Teams? Ja gut, okay, okay, okay Welche Stufen gibt es die eigentlich alle? Gibt es die auch in Blau und in Lila? Ich glaube schon Ich glaube, die geht bis Lila, glaube ich, meine ich Wenn ich mich nicht irre Ich weiß es tatsächlich nicht, keine Ahnung Wir schauen einfach mal, Digga Wir schauen einfach mal Sonst können wir es ja auch so machen, ja? Wenn das jetzt überhaupt nicht funktionieren sollte Wir können es ja auch darauf einigen, dass wir eigentlich nur OP-Waffen benutzen Weißt du, was ich meine? Also nur Combat Nur Combat? Ich glaube, die Waffe ist zu stark Heavy Sniper ist eigentlich auch nur OP Tommy Gun ist OP Ja, würde ich nicht mehr so sagen Nicht mehr? Aber der Laser, der kleine Findest du nicht? Kann schon richtig brennen Ja Aber ich will nicht sagen, was die OP ist Ja Wir versuchen es nochmal, wir versuchen es nochmal Ansonsten Oder sollen wir das, vielleicht machen wir es wirklich direkt so, oder? Nur OP-Waffen-Challenge, finde ich glaube ich sogar besser Wir haben gerade noch überlegt, meine Freunde Wir machen es jetzt anders, ja? Maxify und ich einigen uns jetzt auf 4 OP-Waffen, die wir benutzen dürfen Ich würde sagen, eine Scar ist eine OP-Waffe Mhm Eine Combat ist eine OP-Waffe Ja, auf jeden Fall Dieser Laser, also dieser, ähm, diese MP ist eine OP-Waffe in meinen Augen Die Silenced? Ja, Silenced MP Ja, die ist geil Nicht die Silenced AR-MP, sondern die Silenced MP Und auf jeden Fall eine Heavy Sniper, ja? Heavy Sniper muss sein Ich würde sagen Ist das nicht allgemein bei uns eine Sniper-OP in unseren Händen? Komm, ich meine das schon ziemlich gut, ne? Okay, ich hab die MP Oh mein Gott, ich hab die MP Ja, du auch? Ja Ich wette, du hast eine bessere Farbe als ich Ich hab Grau Okay, ne, warte Alles gut bei dir? Ja, auf Range ist ziemlich scheiße die MP Ja, das stimmt Komm, gern mal jetzt einen Sniper hier, bitte Ich hab bis jetzt nur Schaden dahinten gemacht, aber irgendwie auf Range ist es nicht so geil Okay, das ist natürlich jetzt blöd, dass wir jetzt keine andere AR außer an der Skarn nutzen dürfen, ne? Egal, das schaffen wir schon Okay, Heavy Sniper! Oh mein Gott, nein Okay, bist du ready to go? Ja, ja Ich hab eine MP und das reicht Okay, sollen wir da rüber gehen? Auf dem Main-Field? Auf dem Fußballfeld? Auf dem Fußballfeld? Ich wollte erst mal gerade bei East gucken Komme Boah, das ist aber noch mal weg Hinter dir kommen noch welche hier von meiner Seite ungefähr, wo ich grad markiere Von da kommen auch noch welche Die Gefühle, die gehen alle auf dich Viel Spaß beim Sterben Ich kann halt auch nicht auf die gerade schießen, während die zu dir laufen, weil ich keinen Schaden mache Komm, zieh durch Oh, Maschine Halt ein bisschen durch, ich bin gleich da Oh mein Gott, ich kann nicht bauen, ich kann nicht bauen hier Maxi schnell Nein Hast du, hast du, hast du Maxi Junge, ich will jetzt nicht sagen, dass er viel Leben hat Er wird mich finishen, oder? Oh mein Gott, Digga Oh mein Gott War das deine Trap? Ja Und der stand einfach drauf und die Trap hat mal wieder nicht ausgelöst Jep Ey, dieses Game, Alter Bro Kennst Also, zweieinhalb hab ich grad holen können, aber bei denen dann hat's aufgehört, Digga Okay, wollen wir nach Fatalfields? Richtig eklig? Richtig eklig? Fatal, komm, let's go Okay Ich lande hier, ich lande hier Waldkiste Und du wärst hier hinten beim Feld, ja Ich kann doch zum Haus gehen Okay, wir können auch beides Haus gehen Krieg natürlich keine Waffe Ich hab ne OP-Waffe Welche? Ich hab den Laser wieder Hier ist der Laser völlig drinnen Darf ich zu lange mit ne Main-Waffen machen, bis ich ne Dings-Waffe habe? Ja, ist ja sonst komplett wack Komm, gib ne Combat, Digga Oh nein, Deagle Raus hier, ins Feld Auf dem Dach ist einer Alright Vor mir war grad einer, irgendwo Hab einen Hab noch einen F*** Tanze selber, ich Idiot Digga, was ist denn das? Wieso tanze ich denn doppelt? Bin ich ein Bot? Irgendwie von mir ist einer Er hat die neue Waffe Hab ihn ausgegeben Stark, Digga, sehr stark Okay, nimm dir OP-Waffen Und zwar die grauen Revolver Lull, mehr dürfen wir nicht Digga, jetzt nur mit der grauen Ekel-Waffe, Alter, hier Naja, könnte echt schwer werden Das wird auf jeden Fall schwer Vor allen Dingen, wenn wir nur halt eine haben, weißt du Da muss halt gebaut werden wie Weltmeister Wir brauchen Material und wir brauchen nicht so gute Gegner Und dann sind wir auch noch so gestört und spielen halt gegen Squads, weißt du? Ja, für Kids, ne? Guck mal hier vorne Kiste Ui Und eine Menge Wut Wut, 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 Wut Wut ist immer gut Wollen wir richtig Salty? Mhm Oh mein Gott, das ist belastend, Alter Ja, ich weiß nicht, also mit nur der grauen wird es halt echt eklig, ne? Ich bräuchte eine Combat, dann wäre es eigentlich Eine Combat wäre halt wirklich easy going dann, ne? Ja, das stimmt Liegt da irgendwo eine Combat? Hat von mir komplett einen Laser kastiert, der Typ Ich treffe ihn auch nochmal ein paar Mal Oh mein Gott, Digga, sind das deine Nates? Ja, ja Wieso machen die Schaden bei mir? Habe einen Aber ich habe voll Instalionsschaden bekommen von irgendwas Hat der irgendwas? Aua, hier oben hat einer ein Skar bei mir Oh mein Gott, Digga Ich muss kurz auf den Boden gehen und mich hoch rein Ich glaube, er geht doch auf mich jetzt Oder er geht weg Echt jetzt? Ja, ja, er geht hier runter zu seinem Freund Wo ist der? Hier unten bei mir Oh mein Gott, Digga Hast du mich gehittet oder nicht? Ja, hab ich ein bisschen gehittet Wo ist der denn? Der Weak, er kommt noch rum, er kommt noch rum Er ist weak, er ist der Weak Er fliegt weg In die Richtung nach Norden Ich habe ihm auch nochmal einen Schuss gegeben Komm hinterher Das Raketenwerfer OP Auf jeden Fall Das Raketenwerfer OP Digga, das kann nicht sein, Mann Ja, wenn ich hier eine Skar gehabt hätte oder sowas Ey, das hier so abhaut, Mann Ja, ja, der wäre dann tot gewesen, safe Nur neuner Tippschaden gemacht die ganze Zeit Sind drei Stück, die da unten sind Hab einen Nockt Einer ist Nockt Sehr stark Wollen wir runter gehen? Ja, ich will nur nicht zu weit runter gehen Wegen Rocket Launcher Bei mir hielt sich einer Wo denn? Unter mir irgendwo Ich glaube, die ziehen ihn gerade wieder hoch Ich glaube, die sind immer noch hier drunter Ich rieche schon den OP-Loot, den sie haben Ja Jetzt wo ist er hin? Ah, hier unten ist er Hab ihn? Nice Heavy Sniper hab ich gefunden Okay, nice Combat hier vorne? Eine? Mhm Okay, das war's Keine Skar Wie viele Mets hast du? Nicht allzu viele Oh mein Gott, Digga Keine Skar hier drinnen Die schießen von oben auf uns runter Hier, ich drop dir mal Raketenwerfer Mit Munition Ich war voll Hier Pistolen-Munition Ja, die Sniper hier, die AI ist nicht OP Was ich habe Oh, du Penner Von wo haben die geschossen? Vom Berg oben Von der Insel, von der Insel Ja, ja, mein ich, mein ich Fliegen wir weiter in die Zone Sollten wir auch machen Wie viele Kills hast du? Ja, fünf Ich hab selber nur zwei, das ist lächerlich Oh, wo ist der Keep mehr verdenkt dran, ne? Oh mein Gott Alle super low Einer down Von oben Auf dem Baum hier Warte, ich hol den runter Down und runter hier Oh mein Gott, ich krieg mich schon In der Luft wahrscheinlich Wow, du kriegst genau an die Reihen Oh mein Gott, ich bin getrappt Oh mein Gott, ich bin getrappt Ich bin so dumm Ich hab zwei Heavy Pumps Ich hab zwei Heavy Pumps Ich hab meinen Laser liegen lassen, ich Idiot Nein Schießen wir mit dem Raketenwerfer drauf Drei, zwei, eins und go Links ist da auch noch einer, siehst du ihn? Lass auf den schießen Lass uns den herangehen Hier vorne, hier vorne Double Heavy Snipe Eins, zwei, drei und go Das ist gerade gegangen Nice Ich bin noch einer Heavy Sniper Ich nehme jetzt Double Heavy Sniper Pass auf, links unten siehst du das? Lass mal reinschießen Du mit Rocket Launcher auf die Seite Und ich schieß dann auf, okay? Okay, drei, zwei, eins, go Hat über den Hinten bekommen Ist down Nice, kommt noch einer Der ist bei mir, der ist bei mir Der ist bei mir Ich glaube ich an der Sauen, kann das sein Easy, Digga Oh Digga Und dann noch gegen Squats Wie viele Kills hast du? Na acht Oh Digga Ja, belastend, aber machbar glaube ich Wenn man die Waffen hat, dann ist es eigentlich easy Aber der Weg dahin ist halt das Eklige Weißt du was ich meine? Ja Jungs, ey, Mädels Also Das war's Von diesem wunderschönen Video Wir sind damit raus Easy Win Macht's gut, bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Bye Bye Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen